Nordrhein-Western das kommt sie sind aber auch sich scheiß immer nur aber ich bin traurig dass du das unter Kontrolle bekommst was unter Kontrolle der Sachs bei dir weil es das geht nicht das geht nicht das geht ich habe alles unter Kontrolle ok sorry man so viel Kriminalität sag mal auch nicht alle tage ich baue hier halt gleich den Polizei-Regier mhm mhm was will der die Gewerberater haben nicht genug Konten ja toll ok komm schickt noch mal die Handlanger los er fordert Labors Dr. Wu Dr. Wu oh yeah schockierender Mord lässt Zweifel an der Polizei aufkommen wo sind die wo in genau was Wasser 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 hier ist der Finger oben das ist immer so 睡 Ey vielleicht könnten wir das ja so machen Mit dem Hochland Wir fangen jedes Mal eine neue Welt an Und das ist dann Also Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 Und da können wir ganz oft sowas machen In verschiedenen Welten und so Ja, ne? Weil die Welt wird nach einer Zeit bestimmt verlangweilig Ich hab jetzt schon keinen Spaß mehr dran So richtig nicht Ich will auch diesen scheiß Riesenroboter haben Riesenroboter Ich will jetzt mal die Steuern etwas höher Bei mir ist immer noch auf 9 und 10 Oh, wie es geht Was ist das? Super Mach einen Tisch, senkt die Umweltverschmutzung Nein, danke Ich hab nur einen Handlanger Das fühle ich traurig Ich finde noch einen Handlanger Was ist schon da? Und zu viel Wie viel? Ich hab mir einen bösen Weg und einen Superhelden gemacht Oh, Verbindung ist gerade schlecht Und dann auch auf der gleichen Map hier? Oder auf welcher Map? Ja Ja? Ja Siehst du diesen Riesentower neben dem Rathaus bei mir? Alter, hier ist ja wirklich eine Riesenrohrstadt Oh, nein Bildungszentrum Bildungszentrum? Was ist denn das? Gymnasium? Ne, ich glaub nicht Doch, muss ja Ich könnte noch eine Bibliothek bauen Oh, ja Noch umhandlanger Ich hol mir eine Uni Ich brauch eine Uni 88.000, ich hab 18.000 Was hab ich gerade gebaut? Achso Polizei Revier Na was Großes Messegelände Ich glaub einfach, mein Handlanger will nicht Tinkens werden Bei meiner Hochschule werden 1312 Sims unterrichtet Ja Soll ich mal die Steuern so richtig hoch machen? Mach Äh, wie hoch geht denn? Dann mach ich aber bloß eine Stunde lang 20 11, 10, 10 Okay Alter, 33.000 Und Ich würde es ändern 88.000 Pro Stunde? Nein, nein, 33.000 bitte ich. Oh, ich hab's nur noch eine Stunde gemacht. Komm, Alter! Wo bist du Handlanger? Und so hab ich jetzt 7.000 die Stunde. Lol, mein Handlanger macht ja wirklich gar nichts. Hehehe Keine Angst, Maxis Man ist immer noch hier. Ich bin mir sicher, dass Dr. Wu noch weitere Tricks auf Lager hat. Wäre meine Popularität für etwas größer, nur etwas größer könnte man meine Entwürfe für den Turbowagen realisieren. Mit dem Turbowagen würde ich im Notfall schneller zum Einsatzort gelangen. Dann könnte ich Dr. Wu einen ein für alle mal aus dem Verkehr ziehen. Außerdem würde ich damit furchterregender aussehen. Julian, merk dir mal 11, 12, 12. 11, 12, 12. Ok, jetzt verdiene ich 28.204 pro Stunde. Wow. Elf, zwölf, zwölf. Jo. 29.000. Wie kann man die Popularität aufbessern, indem man auf Patrouille schickt? Ja. Sowas halt. Ich möchte noch einmal so richtig viel Geld, damit ich ein Atomkraftwerk bauen kann. Ja. Wo ist denn mein Kack-Handlanger, wenn man ihn braucht? 30.000 verdiene ich gerade. 11, 12, 12. Ok. Zu wenig Platz zum erhöhen der Dichte. Ok, ich muss Buster aufbessern. Bist du da immer noch bei? Hast du alle voll? Ja. Ja, ich jetzt auch gleich. So 6 von 6 habe ich jetzt. Wo ist denn die Handlanger? Arbeiter! Arbeiter! Jetzt habe ich 7 von 6. Oder sind das 8? Ach, 7 von 8. Limit erreicht. Ich muss jetzt erst mal... Ich mache 7.000 pro Stunde. Ich mache gerade 10.000, weil ich die Polizei abgeschaffen habe. Neu. Aber nur damit mein Handlanger endlich was macht. Schockierenden Mord lässt zweifelnde Polizei aufkommen. Sie ist weg, ihr Trottel. Handlanger loschicken! Handlanger loschicken! Ok, die Polizei muss angemacht werden. Die Polizei muss angemacht werden. Denitiv. 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 Ne, nur Uni! Nur Uni! Ach, das ist so traumhaft. Ne Uni zu haben. Ja. Forschungsprojekt starten. Naturwissenschaften. Ja. 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 Nach 11 Stunden. Ne. La. Müllverbrennung, lohnt sich die? Müllverbrenn. Verbrennt den Müll, vergessen sie die Luftverschmutzung. Na. Lü. Na. Mal hier eine Müllheide. Oh, das Abwasserendrohr, ja. Ja, wo ist denn meine Kanklange? Hab ich mich grad. Na, Uni bringt ja gar nichts. Außer wir haben wie ein Forschungsprojekt. Okay. Mein Handlanger macht gar nichts, ey. Ich hole jetzt eine Kläranlage. Ich kann keine bauen. Ich hab aber eine Pumpstation. Du hast aber eine Pumpstation. Ja, eine Pumpstation. Hast du das geschafft? Komm, noch neun Stunden. Wo ist denn meine Müllfabrik? So geht das nicht. Wenn wir weiter so viel Müll pulsieren, ist die Hälte im Atomdrehenform. Ja, okay. Ah ja, okay. In ihrer Kläranlage wird das Wasser gereinigt, bevor es zurück in die Umwelt gelangt. Gibt es zu viel Abwasser für die Tanks, muss es ohne Feuer abgelassen werden. Für die Tanks wird zu um 30.000 Simons. Ja. 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 Wohnhäuser, Apartments, all dies, das. Ist richtig geil. Ich will mehr Handlanger haben. Kommt schon. Oh, richtig Zeit. Du bist mir schon sehr, also nicht richtig, aber du musst abholen. Du machst das wirklich. Das kann man machen. Okay. Das ist ein Zutattsystem. Es gibt viele Kranke für das Zutattsystem. Das ist ein Zutattsystem. Das ist ein Zutattsystem. Das ist ein Zutattsystem. Damit das zu behandelt werden kann, das Gesundheitssystem ausbauen. Okay. Kann ich denn das Gesundheitssystem ausbauen? Dann musst du extra so ein Zell haben. Ja, ich verstehe. Ne, ich verstehe schon. So. Ich brauche ein neues Patient, musst du machen. Achso. Er kann, kann, aber er schafft einfach nichts. Mein Müllabfuhr ebenfalls nicht. Nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. Da hast du vollkommen recht. Wo ist denn mein Handlanger? Oh, ich könnte mir gleich ein Atomkraftwerk kaufen. Mann, dieses blöde Messegelände. Ja? Ja. Ist der Eiswagenfahrer ein egaler Drogenhändler? Schalten Sie das nächste Mal ein, wenn Sie die volle Dröhnung wollen. Das ist voll geil, ne? Wollen wir dann jetzt aufhören? Ich bin voll dafür. Wir sind noch mal meine Stadt zeigen mit meinen Super-Schurken. Okay. Mach ich dann mal eben. Äh. Dann. 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 Jetzt eben die... Das Ganze, was hier ist. Industrie weg. Weg, 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 weg. Wir kommen in ganz Klinik in die Stadt nicht mehr klar. Also ich will eben es Atomkraftwerk haben. Okay, komm. Ich brauche jetzt Geld. Zu großartig mehr. Voll geil, es ist aus. Ja. 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 Hier in die Stadt. Hm. Die ganzen Hochhäuser. Der Boden ist aber unschön. Welcher Boden? Der verschmutzte. Ja, es kam nur aus einem Grund. Voll geil los eigentlich. Hm. Okay, warte. Ich brauche ganz kurz noch Money, damit ich ganz kurz ein Atomkraftwerk hinstellen kann. So, jetzt geht mal was. Das ist von mir nach Hause. Was war das denn? Dann beende ich die Aufnahme. Ach so, Energie. Du kannst aber jetzt wegen noch 10 Stunden weiterspielen. Ich mache jetzt aus. Warte. Ich habe mir jetzt ein Atomkraftwerk gebaut. Geil. Die sind ja total unzufrieden mit allem. You ain't. Warte, sofort. Hm. Hm. Hüffe. Gut dann, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ha ha. Ha ha. Und bis zur nächsten Folge, Frau. Die ganzen Menschen werden traurig. Let's play. Das ist die Staffel 1. Staffel 1. Und danach kommt Staffel 2. Jo. Und dann, wir müssen schon nochmal und bis zum Schuss, Andrea. Bis zum Schuss. Tschüss. Okay, tschüss. Sag noch mal tschüss. 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 Nein. Tschüss. Tschüss.